Hallo Sportfreunde, ich begrüße euch aus Weimar. Heute zeige ich euch mein funktionales Training Nummer 4, was ich am Dienstag absolviert hatte. Ich begann mit einem Blocksprung, ungefähr 60 cm hoch, dann folgten 10 straffe Frontkniebeuge mit 60 kg im Powerrack. Die wurden ohne wenn und aber durchgezogen. Im Anschluss kamen 6 Beugestütze und den Bauch quälte ich auf der Schrägbank. Das war dann hier schon die dritte Runde. Ich habe insgesamt für die dritte Runde ca. 17 Minuten gebraucht. Die Pausen habe ich gar nicht so groß gemacht. Und hier bei der Schrägbank für den Bauch habe ich dann mir eine 10 kg Scheibe geschnappt, um die Übung doch etwas effektiver zu gestalten. Damit die Belastung ordentlich in den Bauchmuskel reingeht. Nächstes Mal müsste ich vielleicht sogar die Bange noch etwas steiler stellen. Dann folgten die Beugestütze. Und das war mein gesamter Ablaufplan. Drei Runden ca. 17 Minuten.